Grüß dich alle! Grüß! Grüß dich alle! Jetzt sind wir da wieder im Tegertag mit den kleinen Kiesern, die lauter sind als der Staubsauger kaputt. Das ist jetzt so ein paar Kinder, die hab ich umeinander gespülen, ich sag's ihnen. Die trägt mir aber wirklich über einen alt Red Gusel, den Faschüttl, den Dregser und den Blöden. Der mit seiner alten Brühe wie ein alter Mistkübler umeinander rennt, weil der Dregser und jetzt jemand. Der ist noch der Trottl, der Pepperte. Wegen der ist die Babaxe so peppert geworden, gell? Schau dir jetzt mal unsere Nationalmannschaft da an, die ist ja peppert da. Es geht. Geht, meine? Die Schie ist mir noch einmal auch da an, die ist jetzt feuer dazu. Soll ich die Dänze auf dem Rosenlein und drei Stunden schlafen, statt der Schmidschwind die Trottl und die Pepperten. Die arme Nationalmannschaft von Deutschland wegfraut, die Pepperten, sind auch nicht besser. Aber die haben sich wenigstens eingesetzt, die Trottl. Sie mögen Deutschland nicht wegen seiner Pepperten eine Domina geh und mit seiner Pepperten einen Gelegenheit, gell? Die Tricks hat die Pepperte. Der eine wird frosch, oder? Der ein wird frosch oder ist aufblatt wie ein elefanten Wäppchen? Der eine ist ein kleines Wäppchen. Und der eine ist aus dem Torquat, die Trottl und die Pepperte. Schaut aus wie ein Trauscherell alt. Der eine ist aufblatt wie ein Elefantenwebchen? mit dem däpperten Bürgermeister beim Drecksauten aus dem Bläden. Wie heißt der? Häppl, der Drutl, der Bürgermeister, der Stinger, die Alte. Der hat nicht viele Würsteln um einen anspielt. Bei der Opa, der Brotl, den sollt man Scheiße ins Gesicht haben. Deshalb hab ich gescheite Würsteln für ihren Braune. Den sollt man den Fußball im Schell haben. Und wenn auch Fritz aus dem Band, den däppert, löst man mit seinem Bawack, Scheißfrig, der Drutl. Wegen dem kriegst du keinen Kredit mehr, Mann. Das gilt auch für die PSKA, oder? Mein Mann ist bei der PSKA und kriegt keinen Kredit, das ist ja aber geil. Aber für die anderen ist das wichtig. Wegen dem Scheiß, ey, der Drutl, der Stinger, die hat sich auf die volle Haut gelegt und hat immer was geflagert von der Bawack, von der Bawack. Deswegen hat die PSKA oder sie kaufen müssen, die Däpperte Bawack. Das Hund ist gleich weg gewesen. Geht? Schleif das mit. Geht schon. Eins, zwei, drei. Es spricht. Und das ist aus meiner Sicht. Sag mir, wie ich sprichte. Was? Ja? Ich sag euch nicht. Ich teppert den Wiener Linien. Ich sag's Ihnen. Ich sollte ihn gratis sein für jeden armen Hund. Gell? Und was ich spreche, den Flügel muss mit zum Stadionbord. Die Beriessen soll durch den Scheißdre klatschen im Kanal. Und da sparen sie sich ein Geld. Und da brauchen sie keinen U-Bahn bauen. Und wenn die Stadt müssen sie sich aufnehmen, wenn sie ins Stadion gehen müssen. Grüße. Servus. Ich sag euch. Die Wiener Linien ziehen sie auf den Kasperln im Theater. Ich sag's euch. Die blöden Schoße. Man muss am Arschen gehen. Dann schleichen soll sie wieder. Man muss 60 Euro zählen. Was ist das? Ja, der ist schwarz warst. Der Brotl, der Beber, der der alte Hute. G'stingerte. Der Schiff und die Wiener Linien den Zuhl, dass 30 mal ins Hirn ... Die haben 30 mal ins Hirn geschissen. Ich frag mich aber wirklich, wie oft die ins Hirn geschissen haben. Es glaubt sich hier wahrscheinlich hunderttaßend Mal. Grüße. Ja, verlebt die Euro, wenn nichts nutzt, der Schilling war mal was. Jetzt kostet eine Krone als heute um 13 Schilling. Ein Euro, die sind ja teppet. Früher holt's den Oman Schilling, gell. Da krieg ich ja heute mit... Was muss das Hermannschliefen verwenden? 25 Schilling? Nein, 20 Schilling nicht. Was? 5 Schilling vielleicht, gell? 10, gell? Über den 10 Schilling. Ja? Ja. Ach, du stehst, vor allem, wir sind immer 20 Schilling für den Schessler, ich betroth. Und es sind ja nur zwei, es sind scheiße, ich zahle doch nicht. Ich sag ich auch, es geht in Brunnen, man muss die Miesküppel stehen, da kriegst du eine bessere Qualität. Und nicht so ein Scheißler, ich will bei Biller, Merkur, Zübung und so. Bloß wirklich so ein Scheißhausen. Es gehört auch zum Zübung, dieser Scheißler. Glaub, das ist kein Scheißler. Nein, das tut doch viel, wir sind scheiße, dass die Dekäer aus dem Arabien-Import eingeführt haben nach Europa. Es g'feu, der Homs, das riecht ja kein Schwein mehr. Ich glaube, ich werde gebeten, wenn ich das nicht holt. Und wer sich den Biller nicht leisten kann, der hat so gute Sachen weg, da kommst du mit einem Eckerstag alleine. Miesküppel, jetzt heißt das heute, Miesküppel, und raum sie raus, dann kriegst du wieder zurück. Hau, es ruhig doch. Ja, Oliver, gut. Reden wir weiter. Und das hat dich erwischt. Ja, das riecht das von mir. Du, die kriegen alles nachgeschoben. Ja, die glaubt, der ist so billig. Das, was es hat, Australien. Ja, das ist der Oliver Buche. Die Trickser von der Nation in Europas. Der Wurst, der Bippa, der Hunde und Falle, der Fugt, der ist richtig schützend. Das holt uns immer, ich seh, der Bippa, der Stichlosser, Schacham. Schau, das wir Kanalisation, und wir kriegen nur viel Makedinos. Der Trudel, der Oevertuch, mit in Atomkraft, wegen uns in einen Fuß, bei der Trudel, der.